Musik Es ist alles irgendwie ein bisschen unwirklich und ich glaube, es geht vielen Leuten so, dass man denkt, man wird jetzt wach und irgendwie, dass wirklich dieses Leben, wie es vorher war, so nicht mehr stattfinden kann, soll, darf oder auf unbestimmte Zeit, das ist so überhaupt nicht vorstellbar. Musik Clara Lee ist eine Künstlerin hier aus dem Kiez, die hat ganz süß vorbereitet für ihre Gäste, dass wir hier uns ein bisschen aufhalten, die Abendsonne genießen, ihren Geburtstag feiern. Ich spiele ein freies Stück und freue mich, wenn wir dann das gemeinsam in dieses kleines Senfkorn hoffen. Ähm, möchte noch jemand einen Text? Er hat lebt? Nee, ich bin noch nicht. Einen Text? Ja. Musik Kleiner Funke Hoffnung, mir umsonst geschenk, werde ich dich nähren, dass du überspringst, dass du wirst zur Flamme, die uns leichten kann. Feuer schlägt, Feuer schlägt in alle, alle, die im Finstern sind. Musik Gemeinde, Mann, Franz, der Hoffnung, mir umsonst geschenkt, werde ich dich teilen, dass du Zinsen trägst, dass du wirst zur Gada, die uns leben lässt. Das ist toll, dass hier wirklich ein paar Leute stehen aus dem Kiez, sich interessieren, was ist das hier, was machen wir, warum haben wir applaudiert, weil wir eben zusammen gesungen haben und uns selber ein bisschen stützen mit denen, wir stehen hier und trinken Wasser zusammen oder einen Kaffee, das ist echt gerade ganz heilsam.